Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Schachmatte.v. Ihr kennt meine Antwort auf die Frage, wie man am besten schnell stark wird. Und zwar durch Taktiktraining. Jetzt kam vor ein paar Stunden in einem Kommentar die Frage danach, wie man eigentlich Taktik überhaupt am besten trainiert. Und genau darauf möchte ich euch heute mal eine Antwort geben. Generell wisst ihr ja, ich mag die Leachis-Taktiken. Muss aber sagen, qualitativ geht es deutlich besser. Also ich persönlich benutze für mein Training mit meinen privaten Schülern viel das Buch The Woodpecker Method. Und aber auch, also ich benutze auch sehr viel andere Schachprogramme, zum Beispiel es gibt sowas, das heißt CT Art, das ist irgendwie von der russischen Schachschule. Die haben auch ganz gute Schachtaktiken. Es ist wichtig, dass da eine gewisse Systematik dahinter ist. Also es sollte, zum Beispiel The Woodpecker Method hat ja so ein bisschen den Anspruch, so die wichtigsten Motive abzudecken, weil das ist ja das, was ihr auch machen wollt. Ihr möchtet sozusagen, wie das Motiv Springer, gibt es ja auch, Springergabel gibt es ja auch auf ganz vielen verschiedenen Tiefen immer, immer andere Aufgaben. Irgendwann ist es halt ein ganz komplizierter Abzug oder was auch immer. Es gibt auf jeden Fall super viele Motive, die man irgendwie alle mal gesehen haben sollte, um sie in der Partie wiederzufinden. Man kann auch ganz frische Motive in der Partie rechnen, und das wird aber zum Beispiel im Blitz- oder Schnellschach eher schwierig. Genau. Deswegen, ihr könnt auch gerne, also ich persönlich finde es erfrischend, das am Brett zu machen, einfach ein gutes Buch nehmen. Schaut gerne mal auf Discord vorbei, da haben wir jetzt eine schöne Kategorie zum Thema, wie man am besten, also welche Bücher am besten funktionieren, auch mit vielen Erfahrungen. Und, ja, habt ihr ein bisschen in diese Stellung reingeschaut, dann seid ihr vielleicht schon drauf gekommen, das ist unsere erste Aufgabe. Weiß ist am Zug. Ich werde heute das Taktik-Training mal ein bisschen schwieriger machen. Keine Angst, nach dieser Aufgabe kommen doch noch ein paar leichtere als die hier. Ich wollte nur ein bisschen, dass ihr seht, es kommt heute auch schwierige Aufgaben. Und während ich so viel geredet habe, habt ihr bestimmt auch schon schön gerechnet, und deswegen auch ein bisschen Zeit drauf verbrannt. Jetzt überlegt mal, pausiert gern das Video. Weiß am Zug, was könnte man spielen? Okay, ich löse auf. Weiß am Zug kann ihr tatsächlich, also ich würde erstmal, wir sind ja heute ein bisschen so als Vorzeige-Video, wie man Taktiken trainiert. Und ich empfehle auch meinen Schülern, versucht es auch selbst immer so zu machen, möglichst jeden Zug, der Schach oder Sätze oder was schlägt, anzuschauen. Und danach die Züge, die was drohen. Wir machen das mal ganz systematisch. Schach. Hm, okay. Der ist weg. Und danach hat sich sozusagen kein neues Schach oder Schlagzug ergeben. Kann ich direkt von der imaginären Liste streichen. Schach. Auch interessant, die Dame schlägt. Hat sich irgendwas Neues ergeben? Irgendwie nicht, der Springer ist einfach weg. Okay. Was gibt es noch? Es gibt noch diesen Schlagzug hier. Der ist sehr interessant. Dann schlägt der Springer wahrscheinlich zurück. Die Dame ist angegriffen. Das ist auf jeden Fall, das muss man noch weiter überlegen, aber das könnte jetzt ein bisschen zu kompliziert werden, das alles zu rechnen. Also würde ich jetzt sozusagen im Gedanken sagen. Und das stellen wir auf die Liste. Das wird noch gerechnet, aber erstmal alles Forstierende. Kurz anschauen, nicht, dass man irgendwas Grandioses übersehen hat. Was gibt es noch? Schach oder Schlagzug, Läufer schlägt, ist sieben. Okay. Wenn die Dame schlägt, dann hat sich was Neues ergeben, dann deckt sie nämlich nicht mehr diesen Bauern und ich kann hier die Gabel spielen. Aha. Sehr interessant. Sieht schon mal verdächtig aus, vor allen Dingen, wenn man eine Taktikaufgabe macht. Aber was passiert auf König schlägt? Er hat sich jetzt was Neues ergeben oder nicht? Und jetzt schaut mal rein, weiß am Zug. Ja, es ist der Zug Dame B3. Der ist jetzt neu. Okay, und wenn wir jetzt, ich versuche euch, ganz, ganz, ganz wichtig zum Schachttraining, zum Taktiktraining, wie ihr auch die Visualisierung mit trainiert. Versucht wirklich von Anfang an die Aufgabe bis zum Ende zu rechnen, ohne Züge auszuführen. Auch nicht am Brett, wenn ihr am Brett macht, schon mal mit den, die Figuren so ziehen, sondern ihr solltet wirklich von Anfang bis Ende alles rechnen. Und, okay, Läufer F7. Auch ohne Pfeile am besten. Das ist jetzt nur, damit ihr es seht. Läufer F7, König schlägt F7, Dame B3 Schach. Okay. Der König hat jetzt eigentlich, also ich mache die Pfeile mal wieder weg, die können nerven. Sorry. Der König hat jetzt nach Dame B3 Schach eigentlich gar nicht so viele Felder. Hier ist die Dame, da ist der Springer, da ist der Springer, da ist die Dame. Bleibt eigentlich nur König E8. Und was spielt man darauf? Genau. Dame E6 Schach. Und jetzt hat der König kein Feld mehr, muss die Dame dazwischen setzen und Dame schlägt E7 matt. Ist keine leichte Aufgabe, finde ich. Für einige von euch, von dem, was ich unter dem letzten Video gesehen habe, schon. Für andere auch nicht. Das ist auf jeden Fall schon eine ordentliche Aufgabe. Kommt aber heute noch eine schwierigere. Ganz am Ende stelle ich euch nochmal eine sehr, sehr schwierige. Und was so Drohzüge wären, das ist in der Stellung, das ist ein Schlag und Drohzug. Der droht nämlich den Springer zu nehmen. Hier Springer G5 wäre ein Drohzug, der droht hier diesen wichtigen Bauern zu nehmen. So, wenn man die Dame angreifen würde, das wäre ein Drohzug, matt drohen. Und jetzt, wo man gesehen hat, okay, läuft F7, ist ja total direkt. Wahrscheinlich darf er irgendwie gar nicht nehmen. Aber dann hängt der Bauer auch. Also die Stellung ist einfach ziemlich gewonnen. Merkt man auch, dass man den Zug d schlägt, E5 gar nicht mehr rechnen braucht. Und so seht ihr auch den Vorteil von dieser Methode. Also ich habe das jetzt sehr ausführlich gemacht, aber es ist schon wichtig, dass ihr auch mit dem richtigen System denkt. Das richtige Gerüst im Kopf habt. Und das kann man auch im echten Schach verwenden. Und was man noch anschließend, abschließend sagen sollte, ist, auf dieses Schach wäre wohl der beste Zug hier dazwischen zu gehen. Aber das ist auch komplett verloren. Also ich schalte mir hier die Engine an, die sagt plus 9,4. Also man nimmt einfach raus und hat jetzt die brutalsten Abzüge. Und zum Beispiel auf den hier, der ist nahe liegend, dann schlägt man einfach hier. Der König muss ja irgendwie ziehen und dann frisst man sich weiter. Und ihr seht schon irgendwie, das wird nichts mehr. Plus 9. Okay, wir machen die nächste Aufgabe. Jetzt wird es ein bisschen leichter, denke ich. Für einige von euch wird es, ihr könnt jetzt, ich mach, sorry. Ich werde mich jetzt hier auch nicht zu lange aufhalten. Einfach ganz normales Taktik-Training. Weiß am Zug. Pausiert das Video und schaut rein. Ich löse auf. Wieder mit Schach und Schlagzügen kommt man hier ran. Also wenn man jetzt, das ist ein Drohzug, den rechnet man noch nicht direkt. Aber man sieht schon, okay, man kann hier irgendwie versuchen, die Dame zu fangen. Und wenn man, dieser hier bringt wenig, dann nimmt einfach. Okay, der hier auch. Aber was ist mit dem? Springer D5, jetzt hat sich hier was Neues ergeben. Auf das Schlagen gibt es nämlich diesen Zug. Und jetzt ist der auf einmal durch den Turm gedeckt und die Dame ist gefangen. Gratulation, wenn ihr das gefunden habt. Finden einige meiner Schüler haben es nicht beim ersten Mal gefunden. Aber es sind ja auch viele starke Leute hier unterwegs. Nächste Aufgabe. Weiß ist am Zug und gewinnt Material. Finde ich persönlich leichter noch als die erste, aber ich versuche es ein bisschen chronologisch in dieser Woodpecker-Method auch in der Reihenfolge zu nehmen, in denen die es verwendet haben. Weiß ist am Zug. Okay. Zack. König schlägt. Und Springer E4. Typisches Motiv eigentlich. Also eines der Lieblingsmotive von den Aufgabenstellern. Man schlägt hier raus, gewinnt einen, also opfert die Dame gegen einen Springer. Hat sozusagen temporär die Dame gegeben, aber kriegt jetzt nochmal einen Bauern. Der König zieht und am Ende hat man einen Springer und einen, also meinen Springer, ne sorry, man hat einen Bauern gewonnen. Der Springer, den hat man zwar, aber der wird wieder zurückgeschlagen. Aber, schaut euch mal dieses Endspiel an. Jetzt hat man sozusagen den wichtigen Bauern gewonnen. Und dieses Endspiel solltet ihr auch gewinnen können. Ich sage ja ab und zu mal Bescheid, wenn irgendwas wirklich basic ist, was ihr können sollt. Wenn ihr das nicht sicher gewinnt, dieses Endspiel hier mit weißem Zug, dann baut euch genau diese Stellung auf und spielt das runter gegen Stockfisch oder gegen irgendeine Engine. Ihr könnt ja gegen die Engine spielen, zum Beispiel auf Leaches. Ich sage mal kurz zusammengefasst, ich würde hier ganz schnell meinen König aktivieren und dann an einem Bauern, wo man, an einem Flügel, wo man mehr Bauern hat, einen Freibauern bilden. Das ist auf jeden Fall essentiell, aber jetzt nicht Thema der Stunde. So, nächste Aufgabe. Diese Stellung, schwarzes am Zug, kommt aus einer Partie von Michael Thal gegen Gregorian. Also, hier hat Gregorian dann eine krasse Taktik gespielt. Lasst euch Zeit, überlegt, pausiert das Video. Schwarzes am Zug. Und, ja, ich bin leider jetzt gerade mit der Maus schon auf die Lösung gekommen, aber wusstet ihr wahrscheinlich nicht, dass es die Lösung ist. Falls nicht, auch nicht so schlimm, vielleicht ist es euch auch schon ins Blickfeld gesprungen. Man opfert hier die Qualität, der Turm schlägt und was macht Schwarz jetzt? D3. Schöne Gabel und jetzt gewinnt man Material. Die Frage ist natürlich, was passiert auf diesen hier und dann frisst man eben weiter mit Schach. Also, nutzt wirklich dieses Format, pausiert das Video und macht hier richtig mit. Also, dann bringt euch dieses Video auch ziemlich viel, denke ich. So, das finde ich eine besonders schöne Aufgabe. Hier rettet sich Schwarz nämlich, äh, oder gewinnt die Stellung sogar. Ihr seht, eigentlich ist es aussichtslos. Der Bauer hier ist kurz vorm Durchziehen, schwarzes am Zug, aber schafft es noch zu überleben, zu gewinnen. Pausiert das Video und überlegt. Okay, es ist schon, also man merkt jetzt per Ausschlussmethode eigentlich, hm, der König kommt hier nicht ran. Der hat eigentlich gar keinen Zug, weil wenn der König zieht, holt es hier einfach eine Dame. Jetzt hilft es hier wieder mit Drohzügen zu rechnen, also Schach und Schlagzug. Okay, der Schach bringt wenig. Schlagzug gibt es nichts. Und Drohzug gibt es eigentlich nur den hier. Der droht jetzt hier den letzten Kraft vom Weißen zu rauben. Okay, aber der König schlägt ja. Ah, es gibt einen neuen Schachzug. Vielleicht bringt der ja was. G5. Ah, ja, der König schlägt. Und jetzt ist der König auf einmal dran. Das heißt, man hat hier mit dem G-Bauern einfach geräumt, sozusagen, dass selbst der eigene König rankommt. Und das ist schon cool, weil jetzt auf einmal ist die Stellung gewonnen. Warum? Also wieder interessante Endspielfrage. Also man kriegt den Bauern und wenn er jetzt hier versucht zu laufen, dann hält dieser König die Bauern sozusagen auf. Diese vier sind aber einfach zu viel für den weißen König. Das heißt, man läuft selbst. Und wenn der König jetzt hier irgendwie rangeht, der kommt nicht mehr hin. Das hier nennt man die Regel des Quadrates. Also man zeichnet ein Quadrat zwischen da, wo der Bauer ankommt und dann einfach drei. Das sind drei Felder. Drei mal drei und dann macht man ein Quadrat. Und wenn der König da nicht mehr reinkommt, der gegnerische, an keinem Punkt, dann ist der Bauer sowieso durch. Also hier schlägt man einfach und läuft durch. Ganz einfach. Und wenn hier in dieser Stellung der König direkt hinläuft, schlägt man auch. Aber das bringt alles sehr wenig. Also ich lasse hier einfach die Engine-Variante runterlaufen und ihr seht, es bringt nichts. Weil dieser König hält die auf. Für diesen König, der hat aber keine Chance gegen so viele Bauern. Die laufen einfach von selbst. Okay. Die letzte Aufgabe ist eine schwere Aufgabe. Und zwar nur, wenn ihr auch wirklich bis zum Matt rechnet. Ich sage euch nämlich mal jetzt nicht erschrecken. Das ist jetzt wirklich unter die Stärkeren von euch. Ich werde es aber auch nochmal so stellen, dass also ein paar Zwischenaufgaben machen für die, die es einfach nicht hinkriegen. Das ist völlig in Ordnung. Die Aufgabe hat es in sich, finde ich. Es ist ein Matt in 6. Und wenn ich meine, dass sie schwer ist, also ich finde sie persönlich wirklich schwer. Ich glaube, ich bräuchte schon ein paar Minuten, vielleicht zwei, drei Minuten irgendwie, um das ganz sicher jede Variante zu haben. Also ihr sollt in jeder Variante Matt in 6 haben. Okay. Pausiert das Video. Schaut mal wirklich lang rein. Okay. Also es gibt hier auch nur einen einzigen Zug, der gewinnt. Alles andere ist, in allen anderen Stellungen steht Schwarz hier besser. Also zum Beispiel, wenn wir einfach Springer E7 spielen, ist der zweitbeste Zug, dann wird er einfach rausgenommen. Man merkt also, wenn der Läufer zieht, zum Beispiel hier, dann hängt der andere Läufer und Schwarz hier auf Gewinn, weil er einfach eine Dame mehr hat. Das heißt, es gibt hier eine Rettung. Turm H3. Okay. Das habt ihr euch wahrscheinlich gedacht. Es ist ein Schach oder Schlagzug. Was anderes gibt es hier eigentlich nicht. Also Turm H3. König hat nur ein Feld. Und jetzt müsst ihr drauf kommen, wie man hier das macht. Wenn ihr es noch nicht habt, pausiert. Ich löse auf. Schach. Okay. Kann man vielleicht auch noch drauf kommen. Es ist schon, jetzt schaut der Läufer dahin, aber man sieht nicht genau, was das Problem ist. So. Jetzt gibt es zwei Varianten. Der Schwarze hat zwei Züge, nämlich Schlagen und zur Seite gehen. Tatsächlich ist das Schlagen der schlechtere Zug. Also es wird schneller matt. Warum? Was macht weiß am Zug? Ja, jetzt wird es eiskalt. Der schlägt nämlich. Und jetzt ist einfach matt auf H8 und es lässt sich nicht verhindern. Der Schwarze kann doch die Dame opfern. Deswegen ist es auch matt in zwei und nicht matt in eins. Aber ist kaputt. Der König laufen bringt auch nichts. Trotzdem matt. Okay. Was passiert auf König F8? Wie gewinnt man jetzt? Matt in vier. Schaut ruhig rein und überlegt nochmal, wenn ihr es noch nicht ganz sicher habt. Weil ich kenne solche Stellungen. Man ist zu faul, die zu rechnen. Man denkt schon, ja, wird schon irgendwie matt sein. Aber vor allen Dingen, wenn der Bass dir das sagt. Aber versucht mal wirklich jedes zu finden. Weil so easy ist es nicht. Turm H8. Logischer Zug. Matt in drei. König E7. Und was spielt man jetzt? Ja, es gibt jetzt tatsächlich ein paar Wege, die zum matt führen. Sehr präzise ist zum Beispiel Springer G8. Matt in drei. Der König hat zwei Felder. Auf dieses hier ist direkt matt. Also es ist jetzt wirklich, das ist einfach eine wilde Stellung. Die man einfach rechnen muss. Da hilft nur, reine Kalkulation. Die hatte man auch noch nicht auf dem Brett. Das wage ich jetzt mal zu behaupten. Und ja, da muss man einfach rechnen. Und auf diesen hier, letzte, letzte Variante auch für die, die vielleicht noch nicht jetzt bei der Aufgabe alles gelöst haben. Matt in zwei. Wie funktioniert das? Gibt nur eins. Sprenger H6. Turm F8. Und jetzt nochmal Matt in eins. Läufer F7. Zack. Was für eine schöne Aufgabe. Ja. Turm kann ich nehmen. Alles gefesselt. Und ich weiß, das ist total wüst. Und ihr denkt euch jetzt, was nützt mir das? Ich habe ja nicht genau dieselbe Stellung am Brett. Aber dadurch rechnet ihr und findet immer neue kreative Ideen. Wenn ihr mal mit Kindern, die gut Taktik können, Schach, eine Schachanalyse oder so macht. Die werfen einen die ganze Zeit immer nur Taktiken an den Kopf und versuchen immer nur Matt zu setzen. Weil das ist einfach, macht Spaß, wenn man das gut kann. Was übrigens als letzten Funfact hier auch noch witzig ist, man könnte auch mit Turm E8 Matt setzen. Turm schlägt E8 und Turm E7 Matt. Okay. Das war auch eine schöne alternative Lösung. Glückwunsch, wenn ihr das. Glückwunsch, wenn ihr überhaupt die Aufgabe gelöst habt. Freut mich, dass ihr hier seid. Ja. Stellt ruhig Fragen in dem Chat, wenn ihr irgendwelche Fragen zu diesem Ablauf habt, wie man rechnet. Also ich wiederhole nochmal ganz immer die Schach- und Schlagzüge. Kurz drauf, einen Blick drauf werfen. Meistens ist es eine Millisekunde. Hier ist ein Drohzug. Aber bringt auch gar nicht so viel. So, im Prinzip Schach- und Schlagzüge, dann die Drohungen und danach die stillen Züge. Ein stiller Zug wäre Turm E1. Oder H3. Alles mögliche. Alles was nichts schlägt oder Schachsitz oder was nichts droht. Ja. Cool. Ich hoffe, ich habe euch jetzt angesteckt mit dem Taktik-Fieber. Ich hoffe, ihr werdet euch jetzt vielleicht ein Buch holen. Oder so. Kleiner Profi-Tipp noch. Bessere Plattform als Leaches für Online-Aufgaben ist Chess-Tempo. Ich kenne da niemanden. Ich werde dafür nicht bezahlt, das zu sagen. Aber das ist meine persönliche Erfahrung. Ist deutlich unbekannt. Aber die Aufgaben dort sind, finde ich, viel qualitativer. Immer noch nicht so gut wie zum Beispiel bei The Woodpecker Method. Oder es gibt ganz viele gute Schachbücher über Taktiken. Aber schon deutlich besser. Erschreckt aber nicht. Die Wertung dort ist ganz anders. Also ich, wenn man, es gibt viele Leute, die haben 1600 Elo und dann 2-4 Taktik-Wertung auf Leaches. Leaches macht das schon ganz gut, indem die einem da eine schön hohe Zahl geben. Das motiviert. Finde ich auch schön, wenn man da auf einmal 2-8 zieht oder so. Aber bei Chess-Tempo ist es wirklich anders. Also da hat man eher weniger als die richtige Zahl. Ja, schön. Lasst auf jeden Fall ein Abo da. Like das Video, wenn ihr mich schätzt oder den Inhalt, den ich hier euch biete. Ich möchte auch nochmal sagen, ich habe tatsächlich, also ich habe mir jetzt besseres Equipment bestellt. Zum Beispiel einen Popschutz fürs Mikrofon, der schon seit langem angefragt ist. Verstehe ich auch. War einfach, ich war nicht zu Hause und jetzt baue ich mir ein bisschen was auf. So mit einem Mikrofonständer und so. Ich schicke euch mal ein Foto in diese Community, in diesem, wo ich mit euch schriftlich kommunizieren kann über YouTube. Wo ihr die Abstimmung gemacht habt, wenn es da ist. Dürfte heute noch ankommen und dann dürfte so übernächstes Video oder vielleicht schon das Morgen dann mit deutlich besseren Soundqualität sein. Freue mich auf jeden Fall über Feedback. Ich verstehe auch, dass es nervt, wenn der Sound nicht so gut ist. Aber ihr müsst auch verstehen, dass der Kanal noch klein ist und ich jetzt noch nicht das Riesenbudget hatte, da aufzustocken. Weil das Mikro hat mich schon viel gekostet. Also, ja. Cool. Dann, wenn ihr Lust habt noch mich zu unterstützen, wisst ihr sowieso, Paypal oder Patreon und jetzt reicht es auch mal hier. Macht es gut. Ciao.